Es war ein tragisches Ereignis, von dem Niño de Angelo gar nichts mitbekam, und doch ließ es ihn jahrelang nicht los. In einem Interview sprach der Sänger jetzt über den frühen Tod seines Bruders. Niño de Angelo kam 1963 in Karlsruhe zur Welt. Zuvor jedoch lebten seine Eltern bereits ein bewegtes Leben in ihrer Heimat Italien. Ein Leben mit einem schweren Schicksalsschlag. Bevor meine Eltern nach Deutschland kamen, hatten sie schon mal einen Sohn, der hieß genau wie ich. Domenico Gorgolione, sagte der 59-Jährige kürzlich dem Magazin Playboy. Den Sänger hat der bereits als Baby gestorbene Bruder lange beschäftigt. Die Umstände seines frühen Tods seien nicht mehr nachvollziehbar. Seine Eltern hätten Niño denselben Namen gegeben. Vielleicht um dieses ganze Schicksal zu vergessen, wie er dem Magazin erzählt. Er sei von seinen Eltern jedoch nie Domenico, sondern Niño genannt worden. Ihm zufolge führte das dazu, dass er gedacht habe, das Leben eines anderen zu leben. Dieser Gedanke habe ihn lange verfolgt. Erst bei einem ganz speziellen Ritual im Jahr 2010 konnte er loslassen. Da habe ich auf Mallorca einen Priester kennengelernt. Mit dem habe ich eine Totenmesse abgehalten und meinen Bruder quasi begraben. Niño de Angelo war jahrelang ein Getriebener. Ein Getriebener von Erfolgsdruck und seinen eigenen Erwartungen. Nach seinen großen Erfolgen in den 1980er Jahren flüchtete er sich in eine jahrelange Drogensucht, auch weil er das Gefühl hatte, nicht sein eigenes Leben zu leben. Doch seit der Totenmesse komme er gut damit klar. Da ist nicht mehr dieser dunkle Schatten hinter mir, der flüstert, das hast du alles gar nicht verdient. Zerstör es, es gehört dir nicht, fügt er hinzu. Früher sei das anders gewesen. Ich musste alles kaputt machen. Entspanntes Leben auf dem Land. Mittlerweile ist nicht nur Niño selbst, sondern auch seine Umgebung entspannter geworden. Mit seiner Freundin Simone Lux lebt er seit einigen Jahren auf einem Pferdehof im Allgäu. Es tut mir sehr gut, dass ich in so einem kleinen Dörfchen wohne, weil ich da meine Ruhe habe. Sagte er vor kurzem in einem Interview mit der deutschen Presseagentur.